Nur weil du genug hättest. Ey, Pat! Gönn dir, gönn dir, gönn dir! Scheiße! Heyo, liebe Community! Heyo, Minecraft-Freunde! Willkommen! Hallo, Freaks! Na, wie geht's dir? Ja! Was geht? Servus, na? Wir sind gerade in der Community, weil wir beide einen Fun... Fun? Fun? Wir wollen erstmal Fun haben, natürlich. Fun? 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 F steht für Freunde, die was unternehmen. Wir sind für uns, dich und mich. Wir sind nicht eingespielt genug. Wir sind nicht eingespielt genug. Das wollte ich nicht sagen. Wir müssen mehr miteinander aufnehmen, Freaks. Ich meine, ich wollte eigentlich nur sagen, wir spielen noch jetzt einen Fun... Clan? Clan War! Richtig! Ja! Und zwar, wir brauchen aber noch dafür... Ich wollte einfach nur sagen, dass F... Das Fun halt, ne, für F steht für Freunde, die was unternehmen. Ja, das stimmt. Denn heyo, Minecraft-Freunders-F steht für Freunde und die unternehmen was. Und wir brauchen noch zwei Freunde für die Fun-Clan-War-Runde. Und deswegen stehen wir hier gerade in der Community. Wir haben schon einigen Gomez-Skin. Ähm, wir haben eben schon vor der Aufnahme uns hier jemanden ausgesucht. Du kannst sagen, wen du nimmst und wen ich nehme für unser Team. Ich hoffe, die Leute sind noch da. Ich geb's mal eben schnell ein. Also, mein Kollege ist auch da. Da hüpft ein Milch-Luca. Meiner ist auch noch da. Ich seh... Ah, hier. Da hüpft sie. Äh, ja. Ich hole mir die weibliche Unterstützung von der Celia-2309. So, ist eingeladen und... Komm in unsere Party. ...party invite auch noch. Bitte eure... Den Luca habe ich. So, bitte eure Party anfragen. Haben sie... Haben sie schon genommen. Ist schon angenommen. Okay, sie sind drin. Wir haben... Wir sind vier. Wir spielen jetzt einen coolen Fun-Ground-Wall. Müssten wir den direkt mal schreiben. So. Ich hab geklickt. Warte, genau. Die Party hat die Fun-Ground-Wall. Welche Karte? Welche Karte? Ich darf jetzt welche rauswählen? Die nicht. Die nicht. Welche wollen wir denn spielen? Ich hab keine Ahnung. Hey. Hoho. Oh, der Chat ist... Ach ja, stimmt. Der Chat ist ja gerade deaktiviert. Aber wir können eine Party schreiben. Wir rocken das. Okay, ich baue die Brücke. Ich baue die Brücke. Lass mich erstmal die Brücke. Schreib du den anderen am besten. Ich baue die Brücke. Du bist... Du bist zur Kommunikation. Du musst am besten schnell schreiben. Aber nicht die ganze Brücke. Nur den Anfang. Was bin ich der am Ende... Oder... Können die fast bridgen? Weiß ich nicht. Wenn einer fast bridgen kann. Oh, guck mal. Die im Gegner-Team haben mich erkannt. So, jetzt erstmal hier... Könnt ihr fast... Äh... Fast... Br... Ich kann Bridsch nicht schreiben. Könnt ihr... Könnt ihr... Könnt ihr... Fasten. Könnt ihr Fasten. Schreiben wollen. Ich kann... Schnell bauen. Sehr deutsch ausgedrückt. Yo. Ich brauche Blöcke. Ich brauche Blöcke. Dann... Haut rein. Der sauber. Dann haben wir ja einen guten Team-Kameraden hier erwischt. Dann haut rein. Oh, guck mal. Die Gegner kommen schon rüber. Die Gegner kommen schon rüber. Die denken sich, glaube ich... Die brauchen sich gar nicht hochbauen. Achtung. Die Gegner... Die Gegner kommen, Leute. Die Gegner kommen... Ich hab einen Gold. Brauchst du ein Gold? Ja. Wie viel Gold hast du? Eins. Toll. Ich hab auch noch eins. Hier. Hier noch eins. Was? Hast du jetzt drei Stücke Gold? Nein. Nur zwei. Ah. Komm. Die hauen wir runter. Egal. Wir müssen konzentriert dabei sein. Warte. Ich geh mal eben kurz hin. Ich geh mal kurz hin. Ihr habt eh keine Chance. Oh. Komm, Alter. Großgott. Haut hier wieder einen raus. Aua. 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 Oh Gott. Ah, hier. Ihn. Ihn, Ihn. Nein, er ist gar nicht am Bett. Nein, okay. Ist doch nicht. Ist doch nicht. Das Bett ist offen, ja? Ich hab ihn runtergehauen. Okay, schnell weg damit. Bett ist offen. Der SAI. Geil, geil. Also, da waare ich mal wieder zu, ja? Das... Wir gewinnen die Runde noch. Ey, optimistisch bleiben. Ja, ja, ja. Aber irgendwie, wir müssen auch, die kommen schon wieder und niemand bemerkt, dass du auch so bist. Die stehen schon wieder da oben. Jawoll. Bett ist schon mal am Arsch. Oh, ich hau alle runter. Hast du eine Spitzhacke dabei? Ja, ja. Oh Gott. So, komm, wir rennen durch. Bett, komm, 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 komm. Lass sie nicht runterkicken. Komm, 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 Bett, komm. Bist du dabei? Ohne Scheiß, ey. Ja, pass auf. Pass auf, pass auf. Nein! Mach das Ding, mach das Ding. Ja! Schnapp sie dir, schnapp sie dir, Bett. Nein, nein, nein. Nein, komm. Stirb. Los, du kriegst das, du kriegst das. Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. Hol dir. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ja, ganz ruhig. Stopp, 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 stopp. Pass auf, unter dir, unter dir. Oh Gott, der hat so gehalten. Schwer. Du, weil du genug hetzt hast. Ey, Bett, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Scheiße. Nee, nee, ich vermisse mich meinem Gönschirm. Geh nach Hause und hol dir einen Bogen oder so. Komm, den, den schnappst du dir. Boah, ey, komm, was hast du denn da eigentlich gerade veranstaltet, Alter? Du hast den einfach so ultra stumpf. Bist du einfach weggesprungen. Ich? Was? Ja. Ja, ich wollte da rüberspringen. Ich dachte so, das andere wäre, hey, lol, die anderen Teamspieler leben ja auch noch bei uns. Ja, die machen nur nix. Die rüsten sich einfach die ganze Zeit aus. Weißt du, du killst einfach das ganze Gegnerteam. Die stehen hier, equipen es sich. Aber immerhin holen die den jetzt wahrscheinlich. Mal gucken. Ach, die sind so stumpf, ey. Also, unser Team hier mal wieder Hashtag das Stimpfeste. Ja, das passt doch. Die sitzen einfach ja alle in der Base und schillen hier live, ey. Heftig. Ich bin dabei zu beobachten, wie Luca das Ding hier vielleicht rumreißt. Komm, Luca, 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 Luca. Luca, Luca. Ja, 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 ja. Komm, schau, Luca. Mach das denn was? Nein. Oh, komm, Luca, mach das denn, glaube ich. Oh, Luca. Jetzt, 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 komm, komm, komm. Luca. Oh, Luca fällt runter. Luca ist im Kampf, aber der Blaue verliert und wir gewinnen. Nice, GG. Wir gewinnen. Ups. Ja, cool. Ey, das war aber eine Runde. Das war eine merkwürdige Runde. Ich würde sagen, wir hängen noch einen hinten ran. Ja. Ja, und weiter geht es. Freaks, bist du bereit? Ja, natürlich. Ich bin immer bereit. Luca sollte die ersten Blöcke wie immer bekommen. Für die Skills. Er kann es einfach am besten hier von uns. Guck mal. Guckt euch an, das ist ein wahrer Gommel. Er zeigt einfach, wie man als Gommel fast bitchen kann. Er zeigt, wie ich eigentlich, wenn ich nicht aufnehme, immer fast bitche. Ja. Du, 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 du. Wir müssen höher sein als die. Gib alles, gib alles. Wir müssen höher sein als die. Oh, scheiße. Du hast auch wieder eine geile Brücke hier gebaut. Aber ich muss jetzt auch einfach höher kommen. Oh, scheiße. Nein, 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 sie sind da, sie sind da. Achtung, Achtung. Sie kommen. Wie schreibe ich? Sick. Achtung. Komm, Oben. Jetzt gibt es hier Beef mit unserem Team. Wegknallen können, den Spacken. Ja, so. Natürlich. Zack, der erste ist tot. Genau so einfach. Einfach mal wegknallen, ne? Ja, einfach wegballern. Habe ich auch eine Angel, 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 Angel. Da. Nee, eine Angel. Komm, es sind fünf Eisen. Vorsicht, da ist gerade einer rübergesprungen, hier. Da ist die alte Sau. Der hat sich für fünf. Genau. Ich sag's jetzt nicht rosig. Bist du auf der Brücke da vorne? Ja, ja. Ja, verteidige die mal gut, weil ich komme mit dem Bogen hinterher. Ach, du, da ist rein, oder? Yo, ich habe ihn runtergekickt. Baff. Junge. Ohne Bett aufbauen. Warte, 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 warte. Kommt alle nach, kommt alle nach. Was machst du da schon wieder? Das ist doch beknackert. Ja, 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 ja. Zaun weg da. Los. Los. Weg mit dem. Nein, 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 nein. Mit dem Spackel, ja. Okay, okay, und jetzt weiter. Wir müssen die Spitze erobern da oben. Die werden jetzt nicht auch von ihrem Gold locker sich irgendwas gönnen. So, die Spitze ist schon mal erobert. Willst du eine Angel haben? Oder brauchst du keinen? Nö, nö, ich erober mir jetzt den Life da. Nein, die haben locker einen Bogen. Die haben locker einen Bogen. Ach, Quatsch. Baut lieber eine Plattform, eine Sicherheitsplattform. Einmal auf, 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 safe. Guck dir da oben da. Doch, das stimmt, der eine hat einen Bogen. Nicht mehr lange, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Mann. Mann, er baut gerade das Bett ein. Er baut das Bett ein, der mit dem Bogen. Der mit dem Bogen baut das Bett ein. Genau, bauen wir nach rechts. Wir müssen so eine Plattform nach rechts am besten bauen. Achtung, der kommt, der kommt. Ja, ja, ich hab ihn schon gesehen. Ha! Und das? Ich versuche hier einfach den Posten zu halten. Das war wieder eine On-Point-Aktion, ich weiß. Oh nein, der ist unter uns, der ist unter uns, der ist unter uns. So, unter. So, komm, gib mir noch ein Gold. Ja! Geil, okay. Ich komm her, komm, ich komm gleich auch mit dem Bogen. Achtung, da unten kommt jemand langgelaufen. Wo? Unten, unten. Genau unten, unten. Die haben unten eine Brücke gebaut zu uns. Lol, die haben direkt einen Weg zu uns gebaut. Wie konnten die, wie konnten wir das nicht sehen? Achtung, unten kommt einer zu uns. Ja, ich sehe ihn. Das ist deiner, den musst du kriegen, den musst du kriegen. Du Gurke, Alter. Ja, Patze, nein, fuck, nein, nein. Sag nicht, er hat das Bett, sag nicht, er hat das Bett. Drei, zwei, eins. Er kämpft doch gerade, komm, gib alles, gib alles. Er hat das Bett. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh nein, er hat uns, oh nein. Ja, ist egal, wir müssen jetzt handeln. Nee, oh Gott. Er zeigt Peace, willst du mich ver- Und jetzt screenen? Was? Willst du mich eigentlich flicken, oder was? Du kannst ja mal- Nee, nix, Peace hier, weg. Ja, okay, dann greife ich jetzt bei denen an. Ist er abgehauen? Ist er abgehauen wieder? Ja, 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 der ist gegangen. Da kommt der Nächste wieder rüber. Egal, geh rüber. Gönn dir ne, gönn dir ne Spitzhacke? Nein, Achtung, 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 die kommen wir unten lang gelaufen. Ja, ich sehe es. Ja, ich möchte nur mit dem Bogen hier den Posten halten. Mehr mache ich hier gerade nicht. Ach so, du bist... Ach, ich warte auf euch als Versch... Ach man, du machst mich irre, ey. Wieso mussten wir jemanden nehmen, der den gleichen Skin hat wie du? Why not? Das ist lustig. Ich habe gerade gedacht, du wärst das. Denkst du, hä, was labert der denn mit dem Bogen? Du gehst ja da gerade lang, hä? Was labert der denn? Kommt doch einfach mal alle rüber. Ich verteidige hier alles und einer ist, glaube ich, gerade bei unserem Bett oder so. Nö, nö. Einer, da sind nur drei bei denen in der Base. Ach, Quatsch. Ach, da unten läuft der andere gerade zurück. Hier sind vier. Und zwar, deren Bett ist auch... Nein, ich warte mal, ich warte mal, ich raste aus. Nee, bei denen sind gerade aber nur... Bei denen sind aber gerade nur drei. Okay, bei uns muss irgendwo einer sein. Ach, diese Scheiße, ey. Ich raste nochmal. Diese... Nein, ich wusste, dass bei mir einer ist. Ich bin tot. Nein, ich bin runtergefallen dadurch jetzt. Komm, was ist denn? Ich wusste, dass irgendwo einer war. Mann. Und warum ist bei uns am Spawnpunkt Spinnenweh? Kann die mal jemand abbauen oder so? Ja, ich mach das jetzt mal. So, jetzt müssen wir aber... Wir müssen jetzt reagieren. Oh, da kommt ein anderer... Okay. Nein. Ja, wir haben aber auch einen Bogen. Ja? Hau den weg. Oh, 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 oh. Ist das spannend. Ist das eine spannende Runde gerade einfach. Scheiße, ey. Hau den weg jetzt. Wir haben einen Bogen. Sie haben einen Bogen. Es ist ein Hin und Her gerade. Und ihm Schuss. Ja, die wollen unser Bett. Die wollen unser Bett. Aber nicht mit uns. Scheiße. Denn wir sind nett. Nicht mit uns. Achtung, der ist runtergefallen auf unser Bett. Fuck, die Sophia ist da. Nein. Nein, oh Gott. Oh Gott, nicht auf unser Bett. Nicht auf unser Bett. Lauft weg vom Bett. Lauft weg vom Bett. Hau den Tod. Los. Wir brauchen jetzt schnell eine Waffe oder so. Okay, warte mal. Wir müssen mal eben gucken, bevor der andere gerade kommt. Ja, da kommt schon der andere. Bevor der da wieder hierher kommt oder so. Und das Bett kaputt macht. Zwei Schwerter. Da liegt auch noch ein Schwert. Ist da, lebt der Rote noch? Ja, ne? Okay, das ist jetzt unauffällig, aber... Scheißegal, der eine, der mit dem Bogen hier ist, hier. Ja, ich hab ihn. Echt, du hast den mit dem Bogen gekillt? Ah, ja, hier oben. Ja, ja, ja. Achtung. Oh, Mann. Oh, und der andere steht hier hinten in der Ecke. Ja, seh ich gerade. So, tschüss. Ja, wunderbar. Das hab ich auch noch gesehen. Okay, alles klar. Der ist weg. So, das ist doch doof. Wenn alle da unten langlaufen, dann bringt einem das doch nichts, oder? Das Licht ist falsch. Weil hier unten, bei denen in der Base ist grad kein Mensch. Ich laufe jetzt runter. Ne, ne, die sind gerade bei uns. Die sind gerade bei uns. Nein. Yo, Bett ist weg. Echt jetzt? Yo, ich hab eingekillt. Nein, du hast deren Bett abgebaut? Ja. Nein, dann kommt Scherz zurück. Wir sind auch gleich down. Ich bin da. Ja, ja, ich bin da. Ich hab den. Achtung, hinter dir einer mit dem Eisenschwert. Mit dem Eisenschwert hat er. Der hat Eisenschwert. Achtung, Achtung, Achtung. Wer hat ein Eisenschwert? Der Aaron. Der eine bei uns und wir sind schon wieder eingebaut. Nein. Nein, nicht auf den letzten Metern. Nicht auf den letzten Metern. Ich komm hier halt jetzt gerade echt nicht mehr raus. Ich komm hier echt nicht raus. Wie spawnst du gerade? Ja, in den spinnen wir mich hängen. Ah, jetzt ist unser Bett weg. Das darf nicht wahr sein. So knapp. Nein. So, so knapp. Die haben gewonnen. Oh, scheiße. GG. Ach, ja, ja. Das ist heftig. Du hast das Bett noch abgebaut. Ja, das war voll easy. Der war kein Mensch. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen. Hier, keine Ahnung. Wir haben eigentlich klar wollen gewonnen. Jetzt diesen hier auch schon sehr weit geschafft. Bett abgebaut. Mann, Bett. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, Freunde. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wir nehmen jetzt das noch für Freaks Kanal auf. Also schaut noch bei ihm vorbei. Und ansonsten haut da rein. Schönen Tag euch noch. Und schön mit Ö. Ciao. 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 Ciao.